Ein Leben auf der Bühne, zum Gedenken an Brigitte Dorothea Forsyth, 1940-2023 Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von einer bemerkenswerten Persönlichkeit der britischen Schauspielwelt, Bridget Dorothea Forsyth, die am 1. Dezember 2023 im Alter von 83 Jahren verstarb. Ihr Leben, geprägt von Leidenschaft, Talent und Hingabe, wird in den Herzen ihrer Bewunderer und Kollegen weiterleben. Geboren am 28. Juli 1940 in Edinburgh, Schottland, betrat Bridget Forsyth früh die Bühne des Lebens und fand schnell ihre Bestimmung im Scheinwerferlicht des Theaters. Schon in jungen Jahren zeigte sich ihre außergewöhnliche Begabung für die darstellenden Künste, und so wurde die Bühne zu ihrem zweiten Zuhause. Ihre Ausbildung führte sie an renommierte Theaterinstitutionen, wo sie ihre Fähigkeiten perfektionierte und ihr Talent weiter entfaltete. Bridget Forsytes Karriere erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte und hinterließ eine beeindruckende Vielfalt von Rollen und Darbietungen, die das breite Spektrum ihres Könnens zeigten. Von klassischen Shakespeare-Stücken bis hin zu zeitgenössischen Dramen beherrschte sie jede Rolle mit einer Anmut und Tiefe, die das Publikum verzauberten. Ihr Charisma und ihre Fähigkeit, sich in verschiedene Charaktere zu verwandeln, machten sie zu einer Ikone des britischen Theaters. Neben ihrer Bühnenpräsenz eroberte Bridget Forsyth auch die Herzen der Fernsehzuschauer. Ihre Auftritte in beliebten Serien und Fernsehfilmen machten sie zu einem vertrauten Gesicht in Millionen von Haushalten. Ob in dramatischen Rollen oder Humorwollen charakteren, ihre Vielseitigkeit als Schauspielerin beeindruckte ein generationsübergreifendes Publikum. Doch Bridget Forsyths Beitrag zur Kunst ging weit über ihre schauspielerischen Fähigkeiten hinaus. Als engagierte Verfechterin kultureller Angelegenheiten setzte sie sich für die Förderung von Theater und darstellenden Künsten ein. Ihr Einsatz für die nächste Generation von Schauspielern und Künstlern spiegelte sich in ihrer Arbeit mit verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen und Bildungseinrichtungen wieder. In Erinnerung bleibt nicht nur ihre künstlerische Brillanz, sondern auch ihre Warmherzigkeit und ihre Fähigkeit, Menschen zu inspirieren. Kollegen erinnern sich an ihre Großzügigkeit, ihre Bescheidenheit und ihre ermutigenden Worte, die vielen auf ihrem eigenen Weg halfen. Ihr Vermächtnis erstreckt sich über die Bühnenlichter hinaus und bleibt in den Herzen derjenigen lebendig, die das Privileg hatten, sie zu kennen. Bridget Dorothea Forsyth wird nicht nur als Schauspiellegende, sondern auch als liebevolle Mutter, Freundin und Mentorin in Erinnerung bleiben. Ihr Einfluss auf die britische Theaterlandschaft wird fortbestehen, während ihre Arbeit und Hingabe weiterhin Inspiration für kommende Generationen von Künstlern bieten. In dieser Zeit des Abschieds verneigen wir uns vor einer außergewöhnlichen Frau, die uns mit ihrer Kunst bereichert hat. Möge Brigitte Dorothea Forsyth in Frieden ruhen und möge ihr Erbe in den Herzen derer weiterleben, die sie liebten und schätzten. Möge Brigitte Dorothea Forsyth in Frieden ruhe